Willkommen bei iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie PDFs zusammenführen und Kommentare einfügen können. Mein Name ist Piermin Lehner. Ich habe hier ein PDF. Ich öffne das mit einem Doppelklick, Kursvereinbarungen. Wenn ich das öffne, öffnet mein PC dieses PDF mit dem Standardprogramm Adobe Acrobat Reader. Hier kann ich eigentlich nicht sehr viel machen, aber wir haben ein weiteres Bordmittel, ein anderes PDF-Programm, das sehr viel mehr kann. Ich gehe mal auf die Suche. Hier beim Windows-Symbol klicken Sie drauf. Unter dem Buchstaben T, Tracker Software, finden Sie das Programm PDF Exchange Editor. Dass Sie das nicht jeweils suchen müssen, machen Sie einen Rechtsklick darauf und sagen Sie an Start anheften, dann wird es eine Kachel oder packen Sie einfach dieses Programm und tragen Sie es hier auf die Seite, dann wird es auch zur Kachel. Nun starte ich diesen PDF Exchange Editor. Hier öffne ich die selbe Datei wie vorhin, öffnen, Kursvereinbarungen und ich schalte den Bearbeitungsmodus ein. Hier auf der linken Seite habe ich eine Vorschau eines PDFs. Ich kann oben scrollen, ich sehe das und möchte nun hier ein weiteres PDF unten oder oben hinzufügen. Wie geht das? Vielleicht müssen Sie einmal ein Bewerbungsschreiben plus einen Lebenslauf zu einem PDF zusammenfügen. Es geht so. Packen Sie das PDF-Programm hier am obersten Balken und tragen Sie es ganz nach rechts, so dass es hier einschnappt. Auf der linken Seite öffne ich den Windows Explorer. Ich nehme eine zweite Datei, hier zum Beispiel Tit4Tat und trage sie sofort vom Windows Explorer direkt hier ins PDF-Programm. Sie sehen, es erscheint ein Plus. Ich lasse es wieder los und hier habe ich mein PDF bereits integriert. Ich könnte das nun speichern oder eben noch sortieren. Hier habe ich Text, hier vorhin das Formular. Jetzt möchte ich aber das Formular nicht hier oben. Ich mache einen Rechtsklick auf dieses Formular, ausschneiden, klicke hier auf die letzte Seite, wiederum Rechtsklick, einfügen und nun ist mein Formular zu unterst und speichern und perfekt. Jetzt will ich hier aber noch einen Kommentar einfügen. Ich bin hier auf der ersten Seite. Hier kann ich einen Kommentar einfügen und klicke hier drauf. Ich kann hier sofort kommentieren und ich kann dieses Kommentarfenster auch irgendwo hinstellen. Also das ist wirklich praktisch. Nun möchte ich aber noch einen Text hervorheben. Ich gehe hier auf hervorheben und markiere irgendeinen Text, zum Beispiel hier Goldmann Verlag und der wird sofort wie mit einem Textmarker markiert. Und wenn ich hier bei hervorheben ein bisschen länger drauf bleibe, sehen Sie, es gibt hier noch verschiedene Farben. Ich nehme mal hier das violette, klicke hier drauf und markiere nun wiederum ein Wort und dann ist das violett. Das war's.